Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play ElSource mit der Loo und dem Ziel. Tadam. Ich muss immer ein anderes Fenster klicken, damit eine Aufnahme startet. Und dann gibt es eine Fehlermeldung, wenn ich dann spielen möchte. Und diese Short Caps, die in einem Auto-Akrank gibt. Ich habe den Level abgekommen, falls ihr diese Folge sehen sollt, ist jetzt eine Musik gut. Achso, ich dachte schon, ich habe ein Audio-Problem, aber da kommt man von dem Regenstirm nach. Ich habe den Motto. Wow, bin ich gut. Mobi RC und Mobi D-Band. Jetzt habe ich mal ein bisschen Lato angemacht. Okay, ich bin schön, ich bin ganz bereit auf, es rennt ihn also an. Dieser Mann kann es nicht zu alt genug machen, Herr Prüder. So, unser 10 Grad wird es langsam unbeweglich, aber ich renne auch im Winter mit Minusgraden im Tisch. Ich bin so ein Wein, ich habe diese Temperatur sehr gerne. Also, Wein mit W-I-I-I-N. Also, die lagert man bei bis zu 15 Grad, weil die dann am besten schmecken. Deswegen bin ein Wein. Ich habe schon voll lange nicht mehr so viele Let's Play Parts aufgemacht. Es sind so viele Parts geworden. Meine Herren. Gut und damit noch. Neul Einfach alle Projektile Da hinten losgeschossen werden, gehen aber nach Folgen Oh ja Ah nein, will ich nicht Ja Ja, endlich Noch zwei Level Und die nächsten zwei Skills sind auf maximalen Niveau Nicht Ah, Palaststraße-Expert Da frage ich mich mal Weil das aber bis auf die 100% kommen und das ist nicht mehr gestanden ist Äh, roll Also doch, ist voll Ja, ok Entspanneln So, geht endlich weiter Boing Bei Alte Da Er Der Ja Er Er Mein Dunkelheit ist auf voller Stufe, also besser als deins. Mein Dunkelheit ist auf der Weg. So läuft das hier in die Ghetto. 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 So läuft das hier. So läuft das hier in die Ghetto. 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 hauptsache humorvoll so gehen wir nicht abschließen was habe ich gesagt wir müssen noch einmal vor das straße machen ich habe es doch gesagt habe ich gesagt habe ich gesagt habe es euch gesagt heute ist der tee besonders bitter wenn ich nur einen menschenkörper hätte könnte ich dir behilflich sein so kommt noch trinke mehr sich jetzt schon bei der ap für opfern die dem er gar nicht ihr seid putzig aber das wird euch nicht so dann lasst uns beginnt und ich habe ich habe ich habe ich habe schon das dritte mal nicht so voll wie er sich gestorben will. alter finner. ich bin aber müde, dabei haben wir erst kurz noch 8. ich will nur noch 2 level, dann habe ich auch auf. auch auch ich will nur noch 3 mal machen. Es bleibt nämlich jetzt bei neu. Wir haben da etwas verändert, aber da haben wir nichts. Ah doch, die haben es geändert, nur zweimal. Ach, daran gibt es doch MP, nice. Hallo, na gut. Oh, mit einem Blitzschlag beseitigt. Also, ich muss sagen, mein Fett hat eine richtig epische Attack. Das sieht einfach nur geil aus. Da kommt doch einfach so ein Blitz in so ein Fett. Ja. Dreifachschutz. Dreifachschutz. Ich habe gar nicht getroffen. Ich habe das auf den Schaden, wie er lebt. Oh. Oh. Ich habe es echt geschafft, so wie bei dem Boss zu sterben. Oh mein Gott. Nein, ich will das nicht. Nein, 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 nein. In der nächsten Folge machen wir mit dieser beschissenen Quest. Das war ein, Stahin.